Ich bin schneller da als du. Welcome to the kingdom. Oh fucking hell. Mensch, hör auf mich die ganze Zeit umzurennen. Dieser Befragung Slash auf einer Skala von 1 bis 10. Die packen diesen Dialog, packen die in den Übersetzer rein, in den Google Übersetzer, knallen es dann dahin und wenn dann aus Versehen so ein Slash damit kommt, dann wird es einfach da gelassen. Es fällt nicht auf, also wird es da gelassen. Hör auf mir, Lord, zu erzählen. It's a cause worth fighting for. Hardy, Partner, it's a cause worth fighting for. Ich werde gar nicht ausrasten. Wir gehen einfach rein, weil ich habe sowieso einfach gar keine Energie heute mehr und dass ich mir dann auch noch dieses Spiel an tue, ist... Ja. Das Spiel ist auf Deutsch aus irgendeinem Grund, aber okay. Verhalten, die nach ihrem vermissten Kind suchen, ist Zeit eine heikle Angelegenheit. Klicke auf die Uhr, um die Zeit zu verlängern. Ich bin einfach nicht mehr für diese Spiele gemacht. Die habe ich auch mittlerweile gelungen. Oh nein. Oh, er ist überschnell, wie ihr seht. Also man sieht, er ist auf jeden Fall ziemlich schnell. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr knapp. Sehr intens, Leute. Also... Ich werde überwollt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was kann ich noch tun? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Press Like! Okay. Alright. Ja, sehr intens. Ja, ja. Oh mein Gott, was ist das für ein Gang hier? Und wow, 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 die neue Remote Flashlight Pro Pro 7 Max ist da. Mit gelber Antenne, gelbem Knopf, das neue aerodynamische Design. Jetzt auf Garten, auf Dumm, Dumm und Job. Leute, ich weiß einfach nicht mehr, was ich hierzu noch sagen soll. Ich kann nicht mehr. Yes, ne? Yes, yes, ja. What the... Digga, das ist, also das ist nicht normal. Jumbo Josh, ja, den haben wir schon gesehen, also, äh, ja. Stinger Flöhn, ja, den haben wir auch schon getroffen, also ja, ne? Ja. Aber auch nein. Yes. Okay. Ja, Leute, ich hab mit Absicht die, äh, falschen Antworten immer gegeben, weil, äh, oder eigentlich gibt es keine falschen Antworten, aber ich hab die anderen Antworten genommen, die ich sonst nehmen würde, weil. Ich wollte einfach mal sehen, was die Voicelines sind. Wow. Ja, ich pass auf, aber du läufst ganz schön nah am Rand, mein Kumpel. Gut, bin schneller da als du. Hihihihihi. Welcome to the Kingdom. Oh, fucking hell. We need to talk. Bitch, hör auf mich die ganze Zeit rumzurennen. Oh! Okay, hier ist... Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Ich werde dich heute... ...für das Billion werde ich machen und dich... ...in den Schlaf begleiten. Dieser Befragung Slash auf einer Skala von 1 bis 10 Die packen diesen Dialog, packen die in den Übersetzer rein, in den Google Übersetzer Knallen es dann dahin und wenn dann aus Versehen so ein Slash damit kommt Dann wird es einfach da gelassen Es fällt nicht auf, also wird es da gelassen Ah moin Eigentlich sollten wir leise sein Shelf, don't stop Shut up Givanium, Leute Junge, das ist so dumm, ne Die brauchten einfach irgendwie sowas Sowas ähnliches wie Remnant von FNAF Und dann haben die einfach irgendwie irgendeine Scheiße genommen, Alter Givanium, Brody Also, sorry Geh doch weg, Alter Schleich dich Sag mal, bist du irgendwie seit dem letzten Spiel um, keine Ahnung, 10 cm gewachsen, Alter Was ist denn mit dir? Du bist übelst fett geworden Zwischendurch war die bei Meckes Du hast keine Tickets zum Einfügen All aboard Ja, Digga, lass mich doch hier, ich muss doch drücken Hör auf mir Lord zu erzählen It's a cause worth fighting for Okay Ja, hör auf mich mit Lord zu voll zu Blabbern hier Garden of Blabla Bitter Giggle Bitter Giggle Bitter Giggle Hör das runter Du Pisser Junge, ist der schon wieder runtergegangen gerade, ey Jetzt lass mich durch doch, oh mann, du Drecksack Geh da ran Wait Guys I think this is actually a snake Wait, it's not a snake What the heck Wait, this is quite crazy Guys, I think Äh Guys, I think I'm being like chased right now Diese Krötensterne Oh Ich werde dir auch gleich ein paar Krötensterne geben Gut Can sense danger Ah, ja Puh Äh Ich weiß, wie das geht Oh Diese Sektion ist ja wirklich so unglaublich nervig Wow So ein cooles Rätsel Hab ich noch nie gesehen Sag mal Leg mal den Zahn zu, Mann Guck mal, selbst das kleine Föngelchen da ist schneller als du Das ist schon wirklich beachtlich Dafür sind auch seine Beine gerade wahrscheinlich am Rauchen gleich, alter Holy shit Aber, ne, also Das ist halt schon jetzt ein bisschen peinlich, würde ich mal sagen, ne Bitte quatsch mich nicht, Volk Es ist so dumm Das ist so dumm Das ist so pure Spielstreckung hier, ne Jetzt kannst du auf einmal reden, Digga Und gerade schöne, die Elevatorfahrt hast du schön awkward gemacht Hätten die da wenigstens so eine Elevatormusik oder so eingefügt Das wäre lustig gewesen Das hätte ich gefeiert Aber, naja Kannste nicht von jedem erwarten Kommst du mal Ich setze das hier schon mal ein, Chef Toaster Boah, ich kann gar nicht, oder was? Boah, mach mal hier jetzt Mach mal den Arsch zu, ey Ich liebe wie sehr, also dieses Spiel einfach die Professionalität von diesen Keycards gekillt hat jetzt komplett Weil, normalerweise waren diese Keycards halt immer so, ja okay, das ist für die Arbeiter, die hier gearbeitet haben Aber jetzt ist es einfach so, ja klar, ist ein Symbol of Trust, na klar, warum auch einfach nicht? Digga, es ist halt so dumm, ne? Es ist halt irgendwie, das Spiel baut sich so eine, so eine Lore auf und dann kommt der nächste Part raus und der zerstört es alles Und eigentlich bin ich kein, kein Feind von, äh, Lore in Spielen, auch wenn das immer so gut, vielleicht so rüberkommt Ja, ich will halt, äh, so ein bisschen so, secretive muss das Ganze schon sein Und hier baut sich das Spiel irgendwie so mit diesen Keycards und so Wir sind so ein Arbeiter vielleicht, der hier wieder herkommt oder, ja eigentlich sind wir, ja, ein Elternteil Was hier aber vielleicht mal gearbeitet hat oder so Und wir suchen jetzt hier und, äh, professionell so, das sind die Keycards, die so für die Arbeiter sind Die benutzen die so, ja, aber gerade hatte auch einfach Chef Toadster mal eben diese Keycard dabei Und hat da mal das Tor aufgemacht Hier, das ist ein Symbol of Trust, die Keycard, ja klar, warum auch eigentlich nicht? Zerstört halt auch das Konzept der Keycards Dieses Spiel ruiniert wirklich jedes Konzept, das so, ja Wann, du? Da, Alter, dich wie Gangst Okay, äh, jemand wartet in der Zelle am Ende des Floors auf dich Oh mein Gott, oh mein Gott Hallo? Who is it? Äh, du! Ich hasse das Ding, er flint Ich hasse ihn so sehr Warum kann ich hier nicht hoch? Da liegt doch eindeutig ein Tape, ich sehe es doch Digga, digga, digga Ich dachte, ich wäre getrappt, das wäre crazy Gut, ja, laber deine Scheiße, man, du Oh, ich hasse dich, ich hasse dich Wo guckst du ihn? Ich bin hier Achso, habe ich wirklich Oh, okay Oh, ich hab' schon Doch, doch, ich schaff' das Sag mal, das Ding, er flint, du hast aber viel mit deinem Körper gemacht Seit wir uns das nächste Mal gesehen haben Also da ist ja wirklich viel passiert Also, ich erstaune nicht, was du alles getan hast Was da blabla? Jetzt fasst er mich schon wieder. Ah, ah, ah. Ah, nein, 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 nein. Nicht der Scheiß schon wieder. Oh, hi. You're up again. Ja, wo sind meine Vegetables? Mann, Mann. Laten ab. Mein Kohlkopf. Gib ihm er sofort her. Leg ihn hier hin. Mach es. Je bitte mir. Leg ihn da hin. Ich esse ihn später. Jetzt nicht. Aber hier. Bitte. Ja. Das ist so. Ah, der Eger. Digga. Stinger Flynn ist so. Ah. Das Stinger Flynn. Ich weiß nicht. Mir gefällt das Charakterdesign von Stinger Flynn einfach nicht, Digga. Ihr weiß ja nicht, ne? Als erwartet. What's that sound? I wonder. Lots of all these features reside in this ecosystem. Yeah, but what kind of animal makes that sound? What's next? Ja, Leute. Das, ähm, das, ähm, das war die, äh, Churchill Charles Szene. Und ja, ich hab das nicht bearbeitet oder so. Das ist gerade tatsächlich passiert. Äh, das ist so dumm. Ich hab jetzt auch noch dieses Tape aufgehoben. Jetzt kann ich mir noch mehr Lore anhören. Danke. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist von Gartenhof Bahn Bahn 3. Ja gut, also wie Feeding Sektor hast du gesagt, grün. Dann mal los. Oh nein! Ja, ich will dich wohl nicht kennenlernen, Mann. Oofman! Oofman! Ich würde mit dir befreundet sein, Bahnmann. Ich würde... Oh, ich weiß ja nicht. Also irgendwie klingt dein Mic jetzt beschissener, Bahnmann. Also ich weiß ja nicht, was du jetzt da mit dir gemacht hast. Besser klingt es jetzt nicht. Junge, bestimmt ist dieser Voice Actor, der Entwickler, da kurz im Urlaub gewesen und musste noch Voice Lines aufnehmen. Hat er auf dem Handy oder so gemacht. Hey! Du liegst da noch, ich sehe dich. Jetzt ist er despawned. Jetzt steht er wieder dort. Sieht man das auf der Aufnahme? Stort den doch einfach out of bounds, ihr Trottel. Warum? Das war so dumm, Alter. Ja, ich weiß schon den Code, aber ich muss ja trotzdem nach unten. Mach auf. Drücke die linke Maustaste, um dein Spielzeug zu benutzen. Willst du mich verarschen? Den Tipp gibt er mir jetzt. 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 Junge, ich bin zum Dreiviertel durch das Spiel durch, oder was? Ich muss praktisch. Praktisch macht's perfect. Liste of Jokes. A kangary, a jellyfish, and a toad walk into a bar. Das ist es. None of them actually walk. Hahaha. Wie die jellyfish get to the seafloor? Sie haben den Jelliviertel. Hahaha. What do you call a surgery being performed by a kangaroo? A hopperation. Hahaha. They're all terrible. Am I a joke? AAAAAAAA. Was erzählst du mir jetzt? Nix, oder was? Wow. You just all in here, steal what's ours, and then leave? You humans are all the same. Can I please just get some bras for my little palm? Please? No! Hahaha. I'll show you something that's actually impressive. A magic trick. Open sesame. I think I earned a round of applause for that. Hehe. Nee. Jetzt lass mich hier ganz schnell wieder raus. Ich will hier nicht mehr sein. Ja, hab ich schon. Ja, ich hab's Mike, oder was? Was? Impostor, Impostor. Du willst mich so was haben? What the fuck? We have an Impostor among us. Hmm. You sassy Barker. Bye, bye. He must have gone very lonely, but I got him a new friend. Wait, no. Nap, Nap. We can't let Nap Nap eat him. Dum, 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 dum. Sehr episch, Leute. Ich find's auch nice, dass ich... ...dass bei anderen auf einmal so überschnell ist. Hui, hui. I tried fixing you so many times that you're just trying to fix me. Leute, Leute. Die Auge of Joy. Die Auge of Joy. Impostor. Postor. The Bite of 87. Oh mein Gott. Was that the bite of it? Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wer wird wohl hier bin? Findet es in der nächsten Episode hera... Und ich hab niemanden dabei, der mich mit Lore voll labert. Ich hab nicht mal meinen Vogel dabei. Wo ist der? Ach, der ist noch am Ende, wenn ich da mit Sheriff... Ballstar. It's a pile of balls. Hey, great work, partner. Hey, thanks, partner. Alright, I'm gonna go right now. Alright, and what? Will it gonna be... Welcome back. Oh, ich kann nicht. It's been so long... Since we got to the monster... To this monster... The man behind the star... Was ist hier falsch? Was ist hier... Was ist die Welt? Was ist die Welt? Wie, 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 wie... Wie, 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 wie... Wie, 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 wie... Wie, 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 wie... Wie, 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 wie... Jetzt hab ich gar nicht gel... Vielleicht hat sich irgendwo etwas geändert. Wow, vielleicht. I wonder, I wonder. Ja, da stand was auf dem Tisch. Leute, ich bin doch der Profi, Leute, instant, hab ich euch das hier eingeloggt, instant rein, da, Leute, da ist was, definitiv, ja, schau, guck mal, guck mal, eine, 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 ich kann sogar hier, guck mal, ich kann sogar hier, guck mal, es geht, wie es wieder rein spänt, ja, guck mal, da steht es aber da, ich hab, ja, ich bin doch hier der Profi, hab zu, der Profi, so, also, was, das ist ja wohl, eindeutig, das ist ja wohl eine, also, hier, Garten auf Bahnbahn, Experte, wurde ja mal instant hier, also, würde ja mal, äh, so, da würde ich ja mal, äh, da würde ich ja mal, äh, reingehen mit, äh, keinem Change, was, würde ich jetzt mal, ich mal ganz, die, jeden, reingehe, also, das war ja, cool, naja, okay, also, das, äh, wird also, das, äh, würde rauszuschnitten, pulver, da sehe ich natürlich direkt hier, fehlt die Toilette, na klar, das habe ich auch hier, natürlich hier sehen, also, wo war es so, wo heißt das, oder wenn das, klickt man hier auf die Toilette, na klar, so, ganz easy, ganz easy, wir können sogar hier, hier, das wird ja, einsporn, die Scheiße, da guck mal, hier, oder, da kommt ja gleich wieder, ja, an, so, hier, sollte nix, ja hier wo ja wie viel eindeutig die tüche das ist er die stühle manche natürlich erst so als der ersten blick dass er direkt im stühle wieder zu sieben an der wohl eindeutig eindeutig guckt aber wieder wie sie mit der reiz bekannte sind wir das sieht man ja wohl auch auf den ersten blick muss ich ja jetzt gar nicht lange überlegen also naja physiker im jumbo josh brah from indy horror garden of ban ban brah komm jetzt aber do it do it do it do it die nice not quite ready for work ja gut ich kann diese scheiße nicht mehr kann seiner sünde ich kann es nicht mehr Ich habe wirklich noch nie so eine spannende Backstory gehört zu einem Charakter wie zu ihm. Ich muss wirklich sagen, das war jetzt eine sehr interessante Szene, also es war eine sehr, sehr gute Szene. So Train Station, die Game Station. Nein, die Naughty Ones. Oh nein Oh nein Die Naughty Ones, Leute Das Naughty Ones Dingens Die Naughty Ones Die Naughty Ones, Leute Die Naughty Ones Digga Nee, ne Oh nee, Digga Leute, die Chase-Sequence ist rigged Falls ihr es nicht wusste, diese Chase-Sequence ist rigged Beim ersten Mal stirbt man Immer, immer, okay Man stirbt immer Beim ersten Versuch Erst wenn man dann respawnt Hat man ne Chance, das zu schaffen Guck mal, und wie langsam der jetzt ist Gerade war der viel schneller Es ist so dumm Warum riggen die diese Chase-Sequence Das ist doch nur um Dingens Für, um Zeit nochmal zu stretchen, oder? Also könnt ihr mir nicht erzählen Okay, ciao Das Ding hier hat nicht mal ne Collision Super Die Musik ist zu laut Ich kann dich nicht hören Ah Danke Danke fürs Mitspielen Liste für die Fortsetzung findest du hier Ah Uh Pfff Ha What did the train conductor say to the kangaroo? Help on! Hahaha Hahaha Was that the bite of a-